Herzlich Willkommen zu Dragon's Dogma, dem Spiel, in dem Meer, als etwas schlägt. So. Oh mein Gott, ich hätte nie gedacht, dass hier welche rumstehen. Oh, 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 der ist wieder so ein Schwacko. Ich bin ja leicht angeschlagen, muss ich ja sagen. Das Witzigste ist ja, sobald man das ja alles überstanden hat und beim eigentlichen Gegner ist, oder Zwischenbos nenne ich es ab jetzt mal, der ist da total simpel. Aber die Typen hier, die klatschen mich hier fast weg. Oh, ne, zwei Händler, ne, den kann man als Rumpenschütze eigentlich sehr easy ausweichen. Was ist das hier überhaupt? Ist das eine Krähe, oder? Ist jetzt eigentlich scheißegal, aber ich hab's getötet. Hm. Die haben mir doch noch mehr fallen gelassen. Könnten wir doch nicht erzählen, dass das jetzt alles war. Das war alles. Alter. Scheiß drauf. So, hier kommt der nächste Spaß. Und wo hier steht einer, der übelst viel Damage haut. Ein fernschütze. Ein fernschütze. Ein fernschütze. Das hört sich auch an. Oh, runtergeplumpst. Was kommt da noch noch zu tun, ne? Unsere Leute können ja auch noch runterfallen. Ist ja nicht so angenehm. So ja nicht, ne. Weil halt der halt die ganze Zeit wie ein Verrückter gegen dieses scheiß Teil da. So, und dann hier oben ist dann... Hier oben müsste dann irgendwo ein Magier rumgammeln, der so schön hier steht. Dass, wenn man hier um die Ecke geht, er direkt auf dich schießt und dich runterschubst. Wenn man Glück hat, fällt man da auf diese Plattform. Wenn nicht, dann ist man tot. Ich meinte zumindest, dass es hier ist. Ja? You know what I mean? Aus dem Grund habe ich gespeichert. Und ich werde jetzt nach der Brücke nochmal speichern. Das ist echt so beschissen. Dass manche da einfach so verdammt viel Damage machen. Ich werde mir jetzt einfach schon mal einen Buff holen. Ja, was werde ich bekommen? Eis oder Feuer? Ah, Eis. Moment. Fängt doch gut an. Taktik ist alles, der es entkommt. Und irgendwo hier kommt nochmal einer rum. Ich sehe wegen dem Scheiß. Mit dem Scheiß heilen sehe ich gar nichts. So, Kopf erwischt. Und weiter geht's. Immer ganz vorsichtig. Wer schubst mich denn da die ganze Zeit von hinten? Oh, gibt's doch nicht. Der hat schon wieder überlebt. Kann ich den eigentlich schon von hier irgendwie? Nee. Oh, einer ist down. Und einer ist runtergeschubst worden? Oder ist der an mir? Nee, ist an mir vorbeigelaufen. Gut. Was? Zur. Boah. Da. Hohohohoho. Was macht der denn da? Streit oder was? Da ist er. Weg ist er. Glück gehabt. Da ich hier glücklicherweise hier so gerade so um die Ecke schon anpolen konnte. Ja, ich werde den hier den runtergeschubst hat auch noch holen. Werne Angst. So, weg damit. Hat er denn hier einfach mal gefühlt? Schick. Wo will der denn hin? Hast du da Angst? Das Wesse wäre auch noch, dass sie von Aranha runterspringen. Irgendwer zieht hier noch auf mich. Was ist das? Da. So. Das wird erstmal speichert. Wenn ich speichern kann. Ich kann speichern. Ja. Gut. Boah. Den Teil haben wir jetzt schon mal gesichert. Fehlt nur noch der komplette andere Rest. Der ist so nix. Also ich bitte dich. Ja. Was ist jetzt? Ich weiß ja sogar, dass da gleich nochmal was kommt. So, ich gehe jetzt erstmal hier runter. Ja, ich weiß. Ich kann die Treppe nehmen. Bla bla bla. Es geht aber schneller. Aber nur damit ich nochmal den Drop habe. Damit ich ihn verkaufen kann. Kommt nur her. Ihr Mistviecher. Ne, ihr Misttypen. Ihr Kackers. Ihr Popos. Ihr Spackos. Ihr nicht von den Typen da sein. Wo sind die denn? Nein, Spaß. War hier nicht gerade irgendwie ein Trank? Das sieht interessant. Alter Herr. Was denn da jetzt gesagt, holt sie euch? Da hinten oder wie? Da, diese Weicheier da. Doch, die Weicheier. Ich habe mich gerade nur gewundert, weil sie kein Damage bekommen haben. Und um auch viele Sachen nach uns zu schmerzen. So beliebt wird auch gar nicht. Hm, 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 hm. Hm, hm. Das hier ist so eine Kackstelle. Da. Wo ist denn hin? Ich bin zu weit weg. Ich bin ganz vorsichtig. Ganz vorsichtig. Au. Ist einer weg? Oh, einer ist weg. Oh, der macht damage. Dafür, dass das nämlich hier da gerade nur normale Schüsse waren. Ich habe so das Gefühl, dass er irgendwo runtergefallen ist. Nee, er bewegt sich einfach nur nicht. Und wo gammelt hier noch einer? Wo gammelt der? Wo gammelt der? Nee, da oben gammelt der auch nicht. Hä? Wo ist denn der? Ich will den auch noch töten. Oder ist er hier? Nee, hier ist er auch nicht. Aber ich bin, glaube ich, etwas langsam geworden, oder? Ja. Nicht nur etwas. Ja, die Fußfässer, die kann weg. Der Scheiß, die kann auch weg. Hm. Ja, der ganze Kack kann auch weg. Und das war es auch wiederum. Bin auch schon wieder bei 26. Aber wo ist der Typ, der... Der mich die ganze Zeit so blöd angreift? Ist er hier unten? Ich gucke einfach mal. Da ist er. Da ist er. So. Muss ja auch sein, ey. Sonst geht er ja die ganze Zeit auf den Sack und holt dann am Ende rum, dass er nicht getötet wurde. Das werde ich natürlich so gut wie möglich vermeiden. So, und da oben ist noch einer. Fällt er runter? Nee. Natürlich nicht. Ich habe hier aber auch eine Scheiß-Position. Und da geht's wieder los. Mit dem Spaß. Ich speichere nochmal. Sicher ist sicher. Wo ich dann auf einmal ein One-Hit bekomme und dann nochmal hier hochlaufen kann. Und zumal... Ich jetzt einfach einen Katz erzähle. Also wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin.